Wer hätte vor zwei bis drei Jahren gedacht, dass eine VDE-Präsidentschaft mal unter komplett anderen Rahmenbedingungen steht. Unter globaler Pandemie, Corona, dann über globale Lieferschwierigkeiten mit entsprechenden Einflüssen auf die Industrie und damit natürlich auch auf das VDE-Prüfinstitut und natürlich den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die eine Energiekrise bewirkt hat, die wir bisher in der Vergangenheit noch nicht gekannt haben. Aber dennoch haben wir als VDE, das Präsidium, das gesamte Team, Sie alle, haben einiges bewirkt. Wir haben die VDE-Prüfinstitute, die VDE-Gesellschaften sicher durch die schwierigen Zeiten gebracht. Wir haben neue Themen initiiert. Wasserstoff ist eines davon, den AI Quality and Testing Hub ins Leben gerufen, den KI-Park in Berlin mitgegründet und auch ganz wichtig, den VDE-Campus auf ein nächstes Level gehievt. Und jetzt ist es Zeit, den Staffelstab. Wir reden über eine Teamleistung, den Staffelstab weiterzugeben an Herrn Wulff, dem ich für die nächsten Jahre alles Gute, viel Erfolg und natürlich auch die erforderliche Portion Glück wünsche. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Schnettler. Ich freue mich darauf, dass Sie auch weiterhin an Bord bleiben als Outgoing President, so wie wir das in dem VDE schon lange führen. Und ich freue mich auf Sie, liebe Mitglieder, dass wir die nächsten zwei Jahre erfolgreich miteinander gestalten und in VDE weiterhin erfolgreich am Markt agieren lassen und in unserer Community.